Ja, Gott hat uns reichlich beschenkt, wie es in dem Psalm heißt. Er hat ein neues Lied in unseren Mund gelegt. Das eine ist der schöne Klang der Instrumente und der Stimmen. Das andere aber ist, ja, wirklich dieser, ja, der Inhalt, den wir singen können, die Lieder, die Texte, die wir singen können. Das ist, ich bin ja Musiker, mein Herz geht auf bei Musik. Aber mein Herz geht am meisten auf oder ich freue mich einfach so, dass wir diese wunderbare Gabe der Musik verbinden können mit dem, was eigentlich der Zweck unseres Lebens ist, Gott anzubeten. Und das ist wirklich was Wunderbares, was Schönes. Genau, wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Und nachdem Mose 40 Tage und 40 Nächte noch einmal beim Herrn war, um noch einmal die steinenden Tafeln zu empfangen, um noch einmal den Bund mit Gott zu schließen, beziehungsweise die Worte zu empfangen, auf deren Grundlage Gott den Bund mit dem Volk Israel noch einmal schließt, aufs Neue. Nachdem der Bund gebrochen wurde, schließt er noch einmal den Bund. Und das verbunden mit der Selbstoffenbarung Gottes, wo er seinen Charakter, seinen Namen offenbart und sein Wesen, seinen Charakter, ist ein deutlicher Hinweis auf das, was dann auch weiter dann die Propheten durchzieht. Diese Verheißung, diese Prophezeiung des neuen Bundes. Hier schon im alten Bund gibt es Vergebung, gibt es Gnade, gibt es Erneuerung und verdient. Das Volk Israel hatte das verdient, was Gott in Kapitel 33 sagt. Ich lösche sie aus von meinem Angesicht. Aber die Fürbitte Mose hat Vergebung erwirkt. Ja, ich würde sagen, vorausschauend auf Christus, dieser Einsatz des eigenen Lebens, lösche mich aus aus dem Buch des Lebens, damit sie Vergebung erlangen. Gott hat das Opfer nicht angenommen, denn Mose war nicht das Opfer ohne Fehler, was diese Vergebung erwirken konnte. Aber es ist alles schon etwas, worauf wir vorausschauen können. Wie Jesus es gesagt hat seinen Jüngern, als er mit den Jüngern aus Richtung Emmaus marschiert ist, sie haben ihn nicht erkannt. Und er erklärte ihnen die ganzen Schriften und gab ihnen zu verstehen, warum der Christus leiden musste und in seine Herrlichkeit eingehen musste. Er hat ihnen alles erklärt, was bei Mose und bei den Propheten über ihn geschrieben steht. Und so hilft uns der Heilige Geist auch heute, das zu verstehen, das zu begreifen, was hier auch über Christus offenbart ist in den Mose-Schriften hier. Wir sind jetzt also an dem Punkt, wo Mose wieder zurückkehrt von dem Berg, nachdem er 40 Tage gefastet hat. 40 Tage hat auch Jesus gefastet in der Wüste, oder? Und es war eben diese besondere Zeit mit dem Herrn, diese besondere intensive Zeit. Er aß nicht und trank nicht. Und er hat sich wahrscheinlich dabei nicht gequält, so steht es jedenfalls hier nicht. Sondern, wie Jesus sagt, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Das hat ihn so erfüllt, diese Zeit in der Gegenwart Gottes. Das Erleben der Erneuerung des Bundes. All die Offenbarungen, die Mose empfangen hat. Die Herrlichkeit, die er schauen durfte, indem er Gott hinterher geschaut hat. In sein Angesicht konnte er nicht schauen. All das hat ihn vergessen lassen, dass er essen und trinken muss. Und Gott hat seinen Körper erhalten, auf wunderbare Weise. Wir können das nicht, 40 Tage lang nichts trinken. Das geht nicht. Sollten wir auch nicht nachmachen. Es gibt ja manchmal Leute, die denken, sie müssten sowas nachmachen. Bitte macht es nicht nach. Es ist etwas, was geschieht, was geschehen ist. Nicht etwas, was Gott gesagt hat, mach das, dann wirst du meine Herrlichkeit. 40 Tage musst du fasten, dann wirst du meine Herrlichkeit schauen. Nein. Es ist eine gnädige Zuwendung Gottes. Und das Fasten war eher die Folge davon. Und dann steht hier in Vers 29, es geschah aber, als Mose vom Berg Sinai herabstieg. Und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in Moses Hand, als er vom Berg herabstieg. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, als er mit ihm geredet hatte. Ganz krasse Stelle hier. Mose kommt vom Berg herunter mit den steinernen Tafeln. Er war schon vorher auf dem Berg gewesen mit den steinernen Tafeln. Und Gott hat ihm auch wunderbare Offenbarungen gegeben vom Heiligtum. Hat ihm gezeigt, wie das Heiligtum aussieht. Hatte mit ihm geredet. Hat ihm alles erklärt. Zu der Zeit war sein Angesicht nicht strahlend gewesen. Jetzt aber, als er das zweite Mal vom Berg runterkommt, nachdem der Bund aufs Neue geschlossen wurde, nachdem Gott seinem Volk vergeben hat, nachdem Gott Mose seine Herrlichkeit gezeigt hat, darin, dass er ein gnädiger und barmherziger Gott ist, da strahlte das Angesicht des Mose. Und Aaron und alle Söhne Israel sahen Mose an und siehe, die Haut seines Gesichtes strahlte und sie fürchteten sich, zu ihm heranzutreten. Es gibt zu dieser Geschichte hier eine Parallele im Neuen Testament. Da können wir mal hinschlagen. Matthäus 17 Die Jünger haben etwas Ähnliches erlebt. In Matthäus 17, Vers 1 steht, nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und Jakobus und Johannes seinen Bruder mit und führt sie abseits auf einen hohen Berg und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Jesus wurde so umgestaltet, dass sein Angesicht strahlte wie die Sonne. Dieses Strahlen hörte nach kurzer Zeit wieder auf. Sie waren auf diesem Berg, sie hatten eine herrliche Zeit und Petrus sagt, Jesus, wir wollen für immer hier bleiben. Das ist Herrlichkeit. Aber Gott sagt, hört auf ihn. Das ist mein beliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hört auf ihn. Und Jesus sagt, wir gehen wieder runter. Wir bleiben nicht hier oben in der Herrlichkeit, sondern wir gehen wieder runter ins Tal, da wo die Probleme sind, die ungelösten Probleme, wo ein Mann Hilfe sucht für seinen kranken Sohn und keine Hilfe findet. Wo ein Mann von seinem Unglauben belastet. Nicht aus noch einweist. Zurück ins Tal, wo es heißt, wo Jesus sagt, Petrus, ich gehe nach Jerusalem und dort werde ich leiden. Ich werde vieles leiden. Petrus sagt, nein, das geschehe dir bloß nicht. Lass uns lieber auf den Berg der Verklärung gehen und dort bleiben. Jesus sagt, nein, wir müssen wieder runter ins Tal. Wir müssen nach Jerusalem. Ich muss ans Kreuz. Es wird kein Weg dran vorbei. Strahlender Angesicht war hier nur für einen Moment zu sehen. Wir sehen aber dann in Offenbarung 1, Vers 16, dass Johannes, der hier ja auch mit auf dem Berg war, auf der Insel Patmos eine Begegnung mit Jesus hat. Offenbarung 1, Ich fange mal an mit hier Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Diese herrliche Gestalt, Johannes, bricht zusammen. die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der auferstanden ist in Herrlichkeit. Er leuchtet wie die Sonne. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, in die Sonne reinzuschauen. Es wird sehr dringend davon abgeraten. Gerade bei so etwas wie Sonnenfinsternissen oder so. Da ist man ja immer neugierig, weil man will ja mal gucken, aber dann denkt man so, oh nee, da kann ich nicht reingucken. Und Leute, die das gemacht haben, haben sich auch schlimm, schlimm die Augen kaputt gemacht dadurch, wenn man das nicht mit dem richtigen Werkzeug macht. Die Sonne strahlt hell, ja so hell, dass du das nicht anschauen kannst. Und dennoch ist es so wichtig, dass sie da ist, oder? Dass sie leuchtet, dass sie uns Wärme bringt, dass sie Energie rüberbringt. Ohne die Energie der Sonne würde hier gar kein Leben sein. So hat Gott das eingerichtet. Er lässt all diese Energie durch die Sonnenstrahlen hier auf diese Erde kommen, wodurch die Pflanzen wachsen, wodurch wir Nährstoffe sammeln können und leben können. Aber du kannst nicht in die Sonne reinschauen. Ist das nicht ein krasses Bild? für unseren Gott? Er ist die Quelle des Lebens. Von ihm leben wir. Aber wir können ihn nicht anschauen. Die Herrlichkeit, das Strahlen Gottes ist so stark, dass es uns blendet, dass es uns zerstört. Deswegen, er fällt nieder zu seinen Füßen. Johannes ist bei all dem, wo er ein gläubiger Mann ist, ein treuer Diener Gottes, über viele Jahre gereift, geistlich gereift, dennoch spürt und fühlt er, ich bin ein Sünder und bricht zusammen. Aber was sagt Jesus, wie begegnet Jesus ihm? Er legt seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Fürchte dich nicht. Keine Angst. Ich werde dich nicht zerstören. Ich bin der Gott für dich. Gott mit uns. Immanuel. Ich bin für dich gestorben. Ich bin für dich auferstanden. Fürchte dich nicht. Mose nun, er strahlte nicht wie die Sonne, sondern er war sowas wie der Mond. Wenn die Sonnen strahlen, auf den Mond strahlen, was passiert dann? Dann leuchtet der Mond und das Leuchten siehst du hier auf der Erde und ja, das leuchtet auch, erhellt auch die Erde mit seinem Licht, aber nicht so stark wie die Sonne. Du kannst sehr gut den Mond anschauen und kannst da reinschauen. Es ist bei weitem nicht diese Kraft. Es ist halt nur die Reflexion des Lichtes. bei Mose ist es so, ja, ich weiß es nicht genau, hier gibt es keine wissenschaftliche Untersuchung seines Strahlens, wir wissen nicht, wie wir uns das vorzustellen haben, was da gestrahlt hat. Es ist einfach, wie gesagt, das Strahlen der Herrlichkeit Gottes, das sozusagen reflektiert wird hier von seiner Haut. Keine Ahnung. Es ist aber zumindest so, dass diese Strahlen auch nicht dauerhaft war, sondern dass es irgendwann aufgehört hat. Es war nur für eine Zeit lang. Aber dieses Strahlen war so heftig, dass die Leute sich gefürchtet haben, ihn zu nähern, weil er etwas ausgestrahlt hat, was sie ehrfürchtig sein ließ. Sie haben gemerkt, dieser Mann hat Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott gehabt. Der hat eine besondere Beziehung zu dem lebendigen Gott. Es hat sie ehrfürchtig sein lassen. Mose jedoch rief ihnen zu und Aaron und alle Fürsten in der Gemeinde wandten sich ihm zu und Mose redete zu ihnen. Auch hier Mose wendet sich hin und sagt kommt doch her. Er badet sich nicht darin jetzt der Strahlemann zu sein. Von allen angestaunt und ehrfürchtig. Nein, er sagt kommt her, ich habe euch was zu sagen. Und das ist es. Er hat etwas mitzuteilen. Gott hat ihm etwas aufgetragen, dass er es weitergibt. Er ist ein Mittler, ein Überbringer guter Botschaft. Es geht nicht darum, jetzt sein Strahlen zu zelebrieren, sondern seine Aufgabe zu erfüllen. Darum geht es Mose. Deswegen sagt er, kommt her, ich habe mit euch zu reden. Danach aber traten alle Söhne Israel heran und er gebot ihnen alles, was der Herr auf dem Berg Sinai zu ihm geredet hatte. Alles was das ist Kapitel 34 und Vers 32. Danach aber traten alle Söhne Israel heran, alle Kinder Israel und er gebot ihnen alles, was der Herr auf dem Berg Sinai zu ihm geredet hatte. Also die Dinge, die Gott Mose gesagt hat, die waren nicht einfach nur für ihn selbst, sondern für das ganze Volk. Es ging darum, dass der Bund erneuert wird, eine gute Botschaft. Gott schließt den Bund noch einmal mit euch. Er hat euch vergeben. Er nimmt euch wieder an als sein Volk und will euer Gott sein. Und ja, er hat besondere Dinge mit euch vor. Darüber hat er nicht genau gesprochen, da kann ich euch leider nichts zu sagen, aber es sind wunderbare Dinge, wird Mose gesagt haben. Gott hat ihm dann später noch mehr darüber offenbart über die Prophezeiung der Zukunft Israels. Im fünften Buch Mose kann man darüber eine Menge lesen. Und auch im dritten Buch Mose. Für uns ist das genauso. Paulus hat gesagt, als er das Abendmahl noch mal in Erinnerung ruft, bei den Korinther, sagt er, ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Auch im Evangelium sagt er, ich habe euch das Evangelium übermittelt, so wie ich es empfangen habe. Und ihr werdet dadurch gerettet, wenn ihr dabei bleibt. Und dann sagt er zu Timotheus, was du von mir empfangen hast, das gibt anderen treuen Menschen weiter, die auch fähig sein werden, andere zu lehren. So soll das Wort Gottes treu weitergegeben werden. Und im Zentrum steht nicht der Überbringer der Botschaft, sondern die Botschaft selbst. Jesus hat das gesagt. Ich habe euch alles gesagt, was ich vom Vater empfangen habe. und dann sagt er in Matthäus 28 und das ist ganz wichtig für uns alle Matthäus 28 Vers 18 Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Matthäus 28 Vers 18 Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und zwar nicht zu euren eigenen Jüngern sondern zu Jüngern Jesu Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes nicht auf euren Namen Paulus sagt seid ihr auf meinen Namen getauft worden nein und lehrt sie alles zu bewahren was ich euch geboten habe lehrt sie alles zu bewahren was ich euch geboten habe Mose sagte dem Volk alles was Gott ihm auf dem Berg gesagt hat wir haben auch einen Auftrag alles weiterzugeben was Gott uns gesagt hat durch seinen Sohn Jesus was er uns gelehrt hat und wisst ihr echt ich weiß es nicht wie es dir dabei geht wenn du das hörst dass Jesus zu dir sagt unser Herr Jesus sagt zu dir zu mir lehre sie die Leute die frisch zum Glauben lehre sie alles was ich euch geboten habe zu bewahren zu halten darin zu leben lehre sie was denkst du dabei vielleicht denkst du ich kann das doch nicht ich weiß das doch alles nicht aber fang an mit dem was du schon von Jesus gelernt hast fang an mit dem was du gelernt hast es weiter zu geben und du hast was gelernt du hast was mit Jesus erlebt du weißt schon etwas von Jesus und du kannst etwas weitergeben von Jesus du kannst Menschen die Jesus noch nicht kennen mit Jesus bekannt machen und sie einladen auch ein jünger Jesus zu werden du kannst sie neugierig machen dadurch dass du ein Leben führst was geprägt ist von seinem Geist geleitet von seinem Geist von seiner Liebe wenn du das führst dann werden Leute fragen dann werden Leute interessiert sein an Jesus wenn wir natürlich ein Leben führen was überhaupt nichts mit dem zu tun hat dann werden Menschen auch sagen was soll ich mit diesem Jesus mit dir kann ich auch nichts anfangen aber wenn sie in uns diese Reflexion des Strahlens sehen dann werden sie neu wir werden das gleich noch sehen in einer anderen Stelle von Paulus wo er über diese Reflexion spricht über die Herrlichkeit die auch in unser Leben etwas bewirkt ein Strahlen bewirkt und dann kannst du sie einladen sie ermutigen dazu zu Jesus zu kommen so wie du selbst erlebst dass Jesus in deinem Leben Rettung und Heil gebracht hat und Erneuerung des Lebens so kannst du andere dazu einladen und sie dazu ermutigen und wenn sie sich entscheiden dazu jünger zu werden dann werden sie getauft und dann werden sie weitergelehrt damit hört es nicht auf mit der Errettung hört es nicht auf das ist erst der Anfang des Lebens mit Jesus es ist so herrlich seine ganze Lehre kennenzulernen es ist so herrlich ihn mehr und mehr kennenzulernen auf dem Weg durch unser Leben hindurch es ist so wunderbar von ihm zu lernen und von ihm umgestaltet zu werden in sein Ebenbild es ist manchmal auch schmerzhaft aber es ist gut und dann selber berufen ausgesandt zu werden anderen diesen Dienst zu tun an anderen diesen Dienst zu tun sie mit Jesus bekannt zu machen und sie zu lehren so wie Jesus die Jünger gelehrt hat so wie er uns durch sein Geist lehrt anderen dabei mit zu wirken Gott ruft uns dass wir seine Mitarbeiter sind er möchte Menschen zu seinen Mitarbeitern machen aber es geht nur wenn wir diese Haltung des Mose haben wenn wir diese Haltung Jesu haben es geht nicht um mich es geht um den Vater es geht nicht um mich es geht um Jesus es geht nicht um meine Lehre meine Philosophie sondern um seine Lehre ich überbringe alles was er gesagt hat ich lasse ich füge nichts hinzu ich lasse auch nichts weg sondern ich glaube diesem Wort ich glaube diesem Herrn deswegen kann ich nicht einfach irgendwas seiner Worte weglassen weil ich glaube dass er der Herr ist und dass sein Wort das Wort des Lebens ist kann ich nicht einfach irgendwas weglassen weil es mir nicht passt ich bin doch nicht der Herr über sein Wort sondern er mit seinem Wort ist der Herr über mich ich bin ein Überbringer einer Botschaft das hat Paulus auch immer gesagt obwohl wenn du über Paulus liest du könntest echt ein Paulus Fan werden so krasser Typ aber Paulus hat immer gesagt Leute ich bin nur ein Botschafter ich bin nur ein kleines Lichtlein ich habe nur einen kleinen Dienst bin ein Samenpflanzer ich bin ein Fundamente leger und andere haben andere Arbeiten zu tun aber dass der ganze dass die Pflanze wächst dass der Bau wirklich entsteht das ist das Wirken Gottes und ihm allein sei die Ehre dafür und das ist so wichtig dass wir uns diese Haltung zu eigen machen dass es uns nicht um uns selber geht dass die Leute uns sehen dass die Leute uns loben dass die Leute uns anstauen sie ehrfürchtig vor uns sind nein Moses ist wichtig kommt her ich muss euch all das berichten von dem was Gott gesagt hat sodass sie begeistert sind von dem was Gott in ihrer Mitte tut so und dann steht hier zurück in 2. Mose 34 als Mose aufgehört hatte mit ihnen zu reden 34 Vers 33 als nun Mose aufgehört hatte mit ihnen zu reden legte er eine Decke auf sein Gesicht warum hat er das gemacht das Strahlen wurde zu heftig er musste das Strahlen abdämpfen darum geht es hier nicht er kam strahlend aus der Gegenwart Gottes zum Volk wenn es darum gegangen wäre hätte er dann eine Decke auf seinen Kopf legen sollen hat er aber nicht gemacht erst nachdem er mit ihnen geredet hatte hat er eine Decke auf sein Gesicht gelegt so oft aber Mose vor den Herrn hinein ging um mit ihm zu reden legte er die Decke ab bis er hinaus ging dann ging er hinaus um zu den Söhnen Israel zu reden was Israel Moses Gesicht dass die Haut von Moses Gesicht strahlte dann legte Mose die Decke wieder auf sein Gesicht bis er hineinging um mit ihm zu reden also er hatte die Decke auf dem Gesicht bis er wieder hineinging dann in der Gegenwart Gottes hörte er was Gott zu sagen hat für das Volk Israel er ging wieder hinaus sein Angesicht strahlte er richtete alles den Israeliten aus was Gott zu ihnen zu sagen hatte dann legte er die Decke wieder auf sein Gesicht komische Geschichte wird uns aber im Neuen Testament erklärt so schön von Paulus und zwar in 2. Korinther 3 und das ist jetzt hier ein längerer Zusammenhang wir lesen mal diesen ganzen Abschnitt und um zu verstehen worum es Paulus hier geht und dann wird er dann auch Bezug nehmen auf diese Stelle wo es darum geht dass Moses sein Angesicht bedeckt hat wir steigen ein in Kapitel 3 und Vers 3 von euch ist offenbar geworden dass ihr ein Brief Christi seid ihr seid ein Brief Christi Paulus geht es hier um das Problem was er immer wieder hatte mit irgendwelchen anderen sogenannten christlichen Lehrern die umhergezogen sind und die dann ihre Empfehlungsschreiben immer vorgelegt haben und Paulus sagt brauche ich etwa auch ein Empfehlung schreiben ihr seid unser Empfehlung schreiben denn ihr seid an den Herrn gläubig geworden und das hat euer Leben verändert und das ist für alle lesbar alle sichtbar was Jesus in eurem Leben gemacht was der König Christus in eurem Leben getan hat er hat euch gerettet aus der Sünde und das kann jeder lesen ihr seid ein Brief Christi aus ausgefertigt von uns im Dienst geschrieben nicht mit Tinte sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes der Heilige Geist ist es der in euch hineingekommen ist durch den Glauben an Jesus und an sein Evangelium und hat dort etwas hineingeschrieben Du bist ein Kind des lebendigen Gottes Du bist ein Erbe Christi Du bist ein Sohn oder eine Tochter Abrahams im Glauben Du gehörst Gott Nicht auf steinerne Tafeln sondern auf Tafeln die fleischerne Herzen sind Darauf kommt er gleich später noch zurück Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott Nicht dass wir von uns aus tüchtig wären etwas zu erdenken als aus uns selbst sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes also Paulus auch an dieser Stelle sagt das ist nicht auf unserem Mist gewachsen es ist nicht unsere Fähigkeit nicht wir haben das vollbracht sondern Gott hat es getan und und jetzt geht er darauf ein und sagt er hat uns zu Dienern des neuen Bundes gemacht wie gesagt wir haben von dem Bund gesprochen den Bund den Gott am Sinai mit dem Volk Israel geschlossen hat und dieser neue Bund der eben nicht auf steinerne Tafeln geschrieben ist sondern auf die Herzen durch den Heiligen Geist Ezekiel 36 Dienern des neuen Bundes nicht des Buchstabens sondern des Geistes denn der Buchstabe tötet der Geist aber macht lebendig was bedeutet das jetzt hier der Buchstabe tötet der Geist macht lebendig es geht nicht darum dass Paulus sagt Bibel vergiss es tu es weg das tötet nur lass die Bibel bitte geschlossen in deinem Schrank stehen und lebe ein Leben im Geist mit dem Heiligen Geist leb einfach so wie der Heilige Geist dich führt die Bibel brauchst du nicht mehr die tötet nur das meint Paulus nicht er meint der Buchstabe das Wort was geschrieben ist das Gebot der Bund des Gesetzes der alte Bund der geschrieben ist mit Buchstaben auf Stein und Paulus fasst es an bestimmten Stellen zusammen er sagt dieser alte Bund besteht darin tu das und du wirst leben aufgebaut ist also dieser Bund darauf auf der Gegenseitigkeit das heißt Gott sagt ich bin dein Gott und bin dir treu und bin dein Retter und bin dein Helfer und du sollst mir treu sein und sollst meine Gebote halten und wenn du das tust dann wirst du leben wenn nicht dann wirst du verdammt sein und verflucht und deswegen sagt Paulus dieser Buchstabe ist der Tod für jeden Menschen weil wir alle Sünder sind und alle nicht fähig sind treu zu sein der Geist aber und darum geht es in dem neuen Bund ich mache dass sie in meinen Geboten und Ordnung wandelt wodurch durch den Heiligen Geist den ich ihr Herz hineingebe ich werde mein Gesetz auf ihre Herzen schreiben das ist also dieser Unterschied der Buchstabe tötet das Gesetz verurteilt uns zum Tod Adam hast du von dem Baum gegessen von dem ich dir gesagt habe du sollst nicht davon essen weil du davon gegessen hast wirst du sterben wie es angekündigt ist wenn du das Gebot Jakobus sagt das wer das Gesetz in einer Sache gebrochen hat der hat das ganze Gesetz gebrochen der Buchstabe tötet er tötet die Sünde er richtet die Sünde er sagt die Sünde hat keinen Bestand vor mir und die die sich mit der Sünde eins machen haben keinen Bestand vor mir aber der Geist ist es der lebendig macht der Heilige Geist kommt und macht einen Menschen der tot ist in seinen Vergehungen und Sünden lebendig mit Christus das ist das was in Epheser Brief steht Epheser 2 wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden aber er hat uns lebendig gemacht mit Christus wodurch geschieht es durch den Heiligen Geist in seiner Gnade macht er das Vers 7 wenn aber schon der Dienst des Todes mit Buchstaben in Steine eingegraben in Herrlichkeit geschah so dass die Söhne Israel nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts die doch verging wie wird nicht viel mehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen er sagt also in Erinnerung an diese Geschichte die wir gerade gelesen haben in 2. Mose 34 sagt er guck mal dieser Dienst damals des Mose als er das Gebot gebracht hat was am Ende nur den Tod gebracht hat die Verurteilung was letztendlich die Menschen als Sünder überführt aber sie nicht rettet von ihrer Sünde dieser Dienst war von Herrlichkeit umgeben weil sie natürlich von dem herrlichen heiligen Gott kommt Mose hat diesen Dienst in Herrlichkeit ausgeübt aber es war eine Herrlichkeit die verging sagt er jetzt wird der Dienst des Geistes noch herrlicher sein sagt er Vers 9 denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit ist so ist der Dienst der Gerechtigkeit noch viel reicher an Herrlichkeit dieser Dienst ist Mose er führt zur Verdammnis warum weil das Gesetz uns schuldig spricht und der der schuldig ist der ist verdammt von Gott der kann keine Gemeinschaft mit Gott haben der Dienst der Gerechtigkeit besteht aber darin dass Gott uns gerecht seine Gerechtigkeit schenkt er macht uns gerecht durch Christus der eine Gerechte der dem Bund entsprochen ist der der Treue gewesen ist so treu wie der Vater so ist auch der Sohn treu gewesen bis zum Ende bis zum Tod am Kreuz ist er seinem Vater gehorsam gewesen er schenkt uns diese Gerechtigkeit also der Dienst der Verdammnis geschieht in Herrlichkeit aber der Dienst der Gerechtigkeit ist noch viel reicher an Herrlichkeit denn in dieser Hinsicht ist sogar das Verherrlichte nicht verherrlicht wegen der überragenden Herrlichkeit diesen Vers muss mir mal einer erklären ich verstehe ihn nicht so richtig denn wenn das Vergehende in Herrlichkeit war wie viel mehr besteht das bleibende in Herrlichkeit und das macht hier nochmal den Unterschied diese Herrlichkeit die verging aber diese Herrlichkeit Christus sie bleibt da sehen wir auch den Unterschied als Jesus auf dem Berg der Verklärung war diese Herrlichkeit wich wieder von ihm er blieb nicht so leuchtend und strahlend wie die Sonne es war für einen Moment auf diesem Berg es ging wieder weg warum weil in Hebräer steht dass Gottes gefiel Jesus durch Leiden vollkommen zu machen er hat noch nicht den Weg ans Kreuz gegangen er ist noch nicht ans Ziel gelangt und ist gerecht geblieben bis zum Ende er hat die Liebe noch nicht vollendet wo es heißt die er liebte sie bis ans Ende er war noch nicht ans Ziel gekommen er hätte sich entscheiden können und sagen können Vater nimm mich in deiner Herrlichkeit auf ich habe es mir anders überlegt aber wie Mose sagte nein um der Menschen willen ich gehe diesen Weg des Leidens ich will mein Leben einsetzen Vater für die vielen in Lukas steht dass als sie auf dem Berg der Verklärung waren er mit Mose und Elia sprach und zwar über sein Ende in Jerusalem über die Erfüllung all der Prophezeiungen dass er die Sünde des Volkes tragen würde also diesen Weg musste er gehen sonst wäre die Herrlichkeit weiterhin vergänglich geblieben aber jetzt ist es eine bleibende Herrlichkeit denn er ist gehorsam gewesen bis zum Tod am Kreuz darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben der über alle Namen ist in Ewigkeit ist er der Sohn Gottes der für uns gestorben ist der auferstanden ist und der der König der Könige der Herr der Herrn ist in Ewigkeit strahlt er herrlich Paulus Paulus weiter da wir nun eine solche Hoffnung haben so gehen wir mit großer Freimütigkeit vor und tun nicht wie Mose der eine Decke über sein Angesicht legte damit die Söhne Israel nicht auf das Ende des Vergehenden blicken sollten also darum hat er sein Angesicht bedeckt damit nicht gesehen wird wie das Strahlen weniger wird und wenn er dann wieder reingegangen ist dann hat er sich eine neue Dosis Strahlung geholt sozusagen und strahlte wieder heftig und die Israeliten dachten vielleicht ja der strahlt wahrscheinlich die ganze Zeit so aber es verging immer wieder und dann steht hier in Vers 14 aber ihr Sinn ist verstockt worden denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt weil sie nur in Christus beseitigt wird und hier ist eine ganz wichtige Stelle weil hier tatsächlich Paulus diese Worte festlegt die wir eigentlich auch so kennen wenn wir von dem Alten Testament reden dann reden wir immer von diesen Schriften das ist das Alte Testament das hat Paulus hier geprägt diesen Ausdruck dass das Alte Testament ist das vorgelesen wird und er sagt da ist eine Decke über ihnen ihre ihre ihr Denken ist verstockt sie sie können das nicht sehen die Herrlichkeit Christi weil es verdeckt ist für sie wenn sie es lesen sie verstehen es nicht dann aber wenn es sich zum Herrn wendet wird die Decke weggenommen was sagt Paulus hier er sagt dass ein Tag kommt wo die Decke weggenommen wird und dass dann die Israeliten die Juden das verstehen werden es erkennen werden es sehen werden was es bedeutet so wird es gesagt am Sahaja spricht davon sie werden den sehen den sie durchbohrt haben und werden über ihn wehklagen der Herr aber ist der Geist wo aber der Geist des Herrn ist Freiheit wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und so werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wie es vom Herrn dem Geist geschieht und hier ist die Rede von dem was passiert wenn wir mit der Herrlichkeit Jesu unseres Herrn tagtäglich in Kontakt kommen das ist eine größere Herrlichkeit als die die Mose ausgestrahlt hat ja Paulus spricht davon wir werden verwandelt in dasselbe Bild umgestaltet die Herrlichkeit Christi wird in unserem Leben sichtbar für andere und womit fängt das an es fängt damit an mit den Dingen die herrlich waren an Jesus als er noch Mensch war auf der Erde es wird sichtbar im Dienst es wird sichtbar in der Liebe es wird sichtbar in der Hingabe es wird sichtbar im Leiden so strahlt der Herr durch uns durch wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wie es vom Herrn im Geist geschieht Paulus sagt lasst uns ihn anschauen lasst uns vertiefen in sein Bild das ist das Bild Gottes was er uns gegeben hat wir haben eine bildlose Religion wir haben ja auch kein Bild von Jesus hängen wir haben nur ein Erinnerungszeichen des Kreuz was ist aber das Bild Christi das Bild Christi ist das was er uns in seinem Wort übergeben hat sein Wesen sein Charakter offenbart in seinem Wort und so schauen wir ihn im Geist und Paulus sagt ja das machen wir als Christen tun wir das wir schauen den Herrn an und das möchte Jesus auch wenn wir das Abendmahl feiern dass wir ihn anschauen sein Wesen sein Charakter ergreifen in unsere Herzen es zulassen dass der Heilige Geist hinein schreibt in unsere Herzen dass wir ein Brief Christi sind dass wir umgewandelt werden mehr und mehr in dasselbe Bild dass diese Herrlichkeit die Jesus für uns ausstrahlt dass wir sie selber ausstrahlen Lass uns so das Abendmahl nehmen dass wir zu ihm aufschauen dass wir uns in sein Bild vertiefen dass wir zurückkehren zur ersten Liebe dass wir uns neu verlieben in den der so liebenswürdig und liebenswert ist in allem und es fängt schon an bei Mose da wird uns schon etwas davon offenbart da ist schon diese Herrlichkeit zu sehen aber noch viel in viel höherem größerem Maße in Jesus Christus selbst Amen Amen